Maxi, jetzt unterzeichnest du deinen ersten Profi-Vertrag. Wie glücklich bist du darüber? Sehr glücklich. Ich träume davon schon, seit ich denken kann und bin glücklich, dass es jetzt geklappt hat. Mein erstes Training hatte ich im Oktober letztes Jahr. Ja, das war schon ein gutes Gefühl, weil ich kannte die Jungs ja nur aus dem Fernsehen und so. Und auf einmal mit denen auf dem Platz zu stehen, war schon schön. Macht immer jeden Tag Spaß. Dann wurdest du kurz darauf jüngster Bundesliga-Profi bei der TSG. Was war denn das für ein Gefühl, da eingewechselt zu werden? Am Anfang war ich sehr aufgeregt, aber als dann hieß, dass ich eingewechselt werde, war auf einmal gar keine Aufregung mehr. Ich war nur noch im Tunnel und wollte einfach nur noch zeigen, was ich kann. Also ich freue mich, mich hier weiterzuentwickeln, mit den anderen Profis zu trainieren, mir was abzuschauen und in Zukunft freue ich mich auch auf mein erstes Tor. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.